Ich arbeite bei der Firma Octopharma. Die Octopharma ist ein Pharmakonzern, der sich spezialisiert hat auf die Herstellung von Blutplasma-Präparaten. Ich arbeite als SAP-Expert für ein Prozess, das heißt Track & Trace. Das ist mehr zu tracken, die Produkte zu behandeln, die Patienten zu behandeln. In meiner Position bin ich verantwortlich für die Qualität des Produkts. Während des Produktionsprozesses wird dieser von unseren Analysen begleitet und dann auch das Endprodukt mit entsprechenden Qualitätskriterien freigegeben. Ich arbeite als HR-Generalistin, bin unter anderem für das Lehrlingsmanagement verantwortlich und wechsle demnächst ins People Development und Employer Branding. Ich arbeite im Controlling. Das Controlling hat vor allem die Aufgabe der Erstellung des Budgets für das nächste Jahr. Dann machen wir auch die monatlichen Produktionsberichte. Den Standort in Wien gibt es seit 1989. Seitdem sind die Gebäude ständig erweitert worden und auch die Produktionslinien permanent erweitert worden. Wir haben sufficient room space. Wir haben drawing boards, um die Projekte zu behandeln. Mein Büro ist sehr gut ausgestattet. Die Verfügung waren höhenverstellbarer Schreibtisch, zwei Monitore, ein Laptop. Alles, was man auf einem modernen Arbeitsplatz braucht. Weiterbildungsmöglichkeiten sind vorhanden in der Firma. Wird auch gewünscht bzw. gefördert. Ich durfte einen Projektmanagementkurs außerhalb des Hauses machen, der mir bezahlt wurde. Wenn man engagiert ist, kann man durch entsprechende Weiterbildungen auch Gruppen übernehmen oder sich in Expertenrollen entwickeln. Es werden mehrere Benefits bei uns angeboten. Oktafarma legt zum Beispiel sehr großen Wert auf das Wohlergehen und die Gesundheit der Mitarbeiterinnen. Wir haben ein Gym an Oktafarma, das ist frei für uns. Wir können sie nutzen und wir haben verschiedene Programme, wie Yoga, die Training und so weiter. Und wir können sie nutzen. Und auch unser Do&Co Betriebsrestaurant bietet sehr gutes Essen für unsere Mitarbeiterinnen. Was mir am besten gefällt am Arbeitgeber ist, aufgrund der Firmengröße, auch noch die Möglichkeit zu haben, Prozesse mitgestalten zu können, im Projekt mitzuwirken, einen vielfältigen, vielseitigen Arbeitsplatz zu haben. Mir gefällt an Oktafarma das sehr angenehme und kollegiale Arbeitsumfeld, auch das breite Netzwerk, das vor allem verstärkt durch unsere Corporate-Abteilungen gegeben ist. Mir gefällt hier besonders gut bei der Oktafarma, dass die Firma Produkte herstellt, welche Leben retten bzw. das Leben von Menschen deutlich verbessert. Ich habe zu verabschieden, dass die Firma electrons volltrakt wird.